So Leute, heute in diesem Video soll es mal um Vorbeit Nummer 4 gehen und zwar braucht ihr heute einen ganz bestimmten Kondensstreifen und zwar ist es irgendwie so ein Kondensstreifen, der sich im Battle Pass Level 89 befindet, ich weiß jetzt gar nicht den Namen davon auf jeden Fall müsst ihr den ausrüsten und dann fliegt ihr ungefähr über die Mitte von Loot Lake und hier in der Luft seht ihr schon diese ganzen schwebenden Ringe da müsst ihr einfach wieder, ja wie gewohnt durchfliegen, so eine Aufgabe gab es ja schon mal so in der Art auch mit Dreiecken und ich glaube auch mit Kreisen, das war aber über Lazy Lagoon, einfach drüber fliegen Zack, da haben wir den ersten Ring schon, wo ist der zweite? Okay, der zweite ist da unten wir müssen ein bisschen aufpassen, dass ihr auch durchfliegt, denn die werden glaube ich auch immer kleiner okay, den zweiten haben wir auch schon, okay, den hat er irgendwie nicht angenommen ach, wir haben einen verpasst Leute, wir haben einen verpasst, da ist auf jeden Fall der zweite, dritte hier wäre dann der vierte, ich glaube ich bekomme jetzt das Vorbeit nicht, aber so könnt ihr die Aufgabe easy lösen und hier, wo ist das Vorbeit, okay, ich werde es wahrscheinlich nicht sehen, da ich nicht durchgekommen bin aber egal, dann würde ich sagen, das war es mit dem kurzen Video, haut rein, bis zum nächsten Mal Leute, ciao